Ja, da kann ich nicht viel zu reden, da muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Das ist ja mal echt ekelhaft hier. Ah, ziemlich tatsache getroffen. Was jetzt? Oh mein Gott! Was ist das? Ja, wie soll ich dem Ding ausweichen? Wie soll ich dem ausweichen? Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Okay. Alter. Wow. Also das hier ist jetzt eigentlich gar nicht mehr so das Problem. Die Frage ist jetzt, wie ich die anderen Sachen, die sie hier noch rotzend ausweiche. Also diesen komischen Winddingern mit dem am Ende, was da eben kam. Okay, der kann man doch gar nicht ausweichen, wenn sie es immer genau auf mich raufschauen. Kotz. Kann man da Milie machen? Ne, kann man gar kein Milie. Ja gut, den Kill Michael, das habe ich schon versaut. Ha, mit Nahkampf wäre das bestimmt einfacher. Oh, das ist so heftig, hier mit Tastatur sowas zu machen. Fuck, fuck, Hatton. Okay. 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 Ich kann diesen Angriff nicht ausweichen, lasst mich in der Ruhe. Man, sie war fast down. Das heißt, ich darf mich im Rest des Kampfes gar nicht treffen lassen am besten, damit ich am Ende für dieses andere komische Ding die Hits übrig habe. Boost-Mode. Hallo? Oh, ich hab's geschafft. Yes. Genau in dem Moment, wo sie mich gekillt hat, hab ich ein Level abbekommen, weil ich sie gekillt habe. Das muss ich mir angucken an der Aufnahme, das war bestimmt richtig knapp. Ah, meine Fresse sind die Bosse hart. Heftig, heftig, heftig. Moonstar-Statue haben wir bekommen. Boah. Ich hab da nichts mehr zu sagen zu, das war echt heftig. Oh, was are you doing here? Oh, das ist das Böse Kerl, das ist das Böse. 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 Die Frau ist das Böse. Sie sind die Böse, die Frau ist das Böse. Das ist das Böse. Das ist das Böse. Das ist das Böse. Das Böse. Aber wo meine Mannar? Ich würde das Böse. Ich habe vergangenen mich Five- Mein- bitte. Ich bin Chester Stoddard, ein High-ranking knight in Service of Felghana's Lord. His Grace. Count Maguire. Eidel, was es? Ich bin Austria. Ich bin so dafür, ich mag님, aber sie kann nicht aus mir aus. get involved in our politics that is of course unless you're eager to die okay das ist der böse chester der böse blüste chester so mr fedgar das sagst du jetzt auch als er sich über den kopf verbunden der arme count mcguire's a lot of felgana so he's not native to this land he's actually from romans wow sprich bender staus from the moment he took power here he levied exorbitantly high taxes and pressured us into forced labor then a few days ago he ordered us to shut down tiger a quarry the town's primary source of income naturally we've refused since he gave us absolutely no reason and that's about when new showed up to think that chester would willingly serve a man like that what could possibly be running through his head he left his little sister behind too and she hasn't heard a word from him in months honestly i have a hard time believing it even now knowing what i know i keep thinking it can't be true and what am i i supposed to do just tell elena to try and forget about him i couldn't possibly agree to that i'd never be so careless no no at the women girl hmm elena how long have you been listening i i heard you made it home from the quarry and that you ever heard so i thought i'd stop by to check on you and i overheard your whole conversation i i'm sorry elena oh my god oh it's good to know chester's all right at least but that's little consolation right now ever since they were orphaned twelve years ago those two have really watched out for one another up until about three years ago they lived at my house and i'd always put chester in charge whenever i was away i figured it would teach him to be a responsible young man though honestly i never did get the hang of raising him edel could i persuade you to look in on elena for me right now i think she might find it easier to open up and impartial third party naja ich bin ja nicht so der freund von gelaba muss ich ganz ehrlich zugeben weil das gameplay ist relativ ansprechend finde ich was das denn was macht denn mohammed hier das ist dui hmmm as i'm sure you notice the quarry is basically nothing but a huge monster nest at the moment we could deal with maguire's breathing down our necks but the monsters pose a real threat so as much as we hate to do it we are actually going to shut down mining operations for however long we need to so wenn ich mich recht entsinne hat die alle irgendwo hier oben rechts gelebt oben links natürlich so cutscene zeugs mit gelaba wahrscheinlich punkt 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 chester edel i'm sorry i've just got a lot of i've just got a lot on my mind my brother gave me this pendant he left it here in a letter for me on the day he vanished i guess it makes me feel closer to him when i wear it but in reality he was closer than i ever realized all this time i'm so sorry edel so many horrible rumors have been going around about my brother and then to hear the man who raised me confirm them all i just want to know what's happening and why he must have a reason right maybe i'm being selfish i should just be grateful he's alive in a way it's like a raid i've been caring for the last six months has been lifted from you i may not know what's going through his mind just yet but i do know that if i could talk to him just talk to him then things might go back to normal so don't worry about me i'll be okay but thank you for your concern edel i really do appreciate it noch was so what father pierre said was true he mentioned that he'd caught sight of a man who looked like my brother in front of the ruins in the northeast that's where i was heading when you found me i went out to see if i could catch sight of him myself why would he want to go to such a ghastly place though okay then we have to go there i hope i don't have to talk with him i have no idea there are these weird animals they look like dogs or dogs monster dinger i guess i was wrong about you mister you really saved the major man you must be super duper strong he's not here right now but chester was super duper strong like that too you guys will tell me sometime how you beat the monsters promise you will tell me mr edel ja ich bin mir selber nicht so ganz sicher wie ich das ding am ende besiegt hab weil eigentlich war ich ja auch tot aber ich hab's tot und das reicht mir so das war der schmied oder edel might i see that bracelet you've got there i consider myself something of an expert when it comes to old jewelry and knickknacks so jetzt haben wir das ding rüber geschoben i knew it this is no ordinary bracelet it's an ancient artifact with innate elemental energy trapped inside did you fit this little gemstone inside it yourself you've got good sense gemstones like these help increase the bracelet's power by magnifying its energy anyway thanks for letting me fill up your jewelry you really stumbled onto something special take good care of it buy equipment das hier wär vielleicht mal ganz nett das macht unser damage ein bisschen höher kostet 800 ja nehmen wir natürlich mal ja dann nehmen wir uns mal dieses chainmail mit das können wir uns geradezu noch leisten das gibt uns noch ein bisschen rüstung dann liefern wir immer dann gucken wir mal wie wir das equippen ach so das ist alles was man haben kann es gibt nur sechs waffen im spiel naja reicht ja was haben wir hier noch der schlüssel was ist das für ein ding das haben wir in dem quarry gefunden und da steckt mehr kraft drin als ein mensch sich vorstellen kann okay können wir hier gucken monster ah toll sind da auch die bosse drin ne anscheinend nicht doch da aha also gibt es so viele bosse anscheinend naja da kommt ja eine ganze menge interessant Characters oh da haben wir schon einige ja da fehlen nicht mehr viele nett naja gut das zu wissen equipment temper ach so das kostet jetzt auch automatisch mehr erz hier das zu verfeinern das ist ja scheiße weil so viel erz habe ich jetzt gar nicht aber ich denke mal das neue schwert wird trotzdem ein bisschen besser rein prügeln als das alte äh reden wir mal mit der noch thank you so much Adel you've done us all a great service by bringing our men back safe and sound is it true you took down a giant monster in there? everyone in town's been talking about the new red-headed hero who showed up out of the blue to save the day I can honestly say I'm proud to have you staying under my roof wir reden am besten nochmal mit dem major weil ich hab ja jetzt im prinzip den träger gesetzt dass ich mit Elena geredet hab vielleicht reicht ihm das ja um mir zu sagen was ich jetzt machen soll it just bothered me that you had to fight such a huge creature to say nothing of having that evil looking statue in its possession I have to wonder if the statue may have been what Maguire was after when he shut down the quarry I don't know how we would have ever managed without you Adel Major Edgar is the only thing standing between us and Maguire's oppressive tyranny and without you he'd be gone the quarry's closure will hit us like a ton of bricks but we'll manage as long as we have major Edgar will survive I don't want to talk with you again No What are you? Ah, that's funny Been lots of bad things happening at the quarry Lazy Not too long ago One time I wouldn't switch to you Let'sendra Let's Decide Thank you She's the third part girl She looks like